Während Oliver Pocher aus den Eheproblemen mit Amira Geld machen will, bezieht die Moderatorin ganz klar Stellung und lässt dabei kein gutes Haar an Iris klein. Amira Pocher, Ehemann will Krise vermarkten Amira, 30, und Oliver, 45. Pochers Ehe sei im Moment schwierig. In ihrem gleichnamigen Podcast Die Pochers gaben die beiden schon vor Wochen bekannt, dass sie in einer Ehekrise stecken. Während Oli nun mit ihren Ehesorgen Geld machen möchte, findet Amira, dass der 45-Jährige nicht immer treu sei. Obwohl er sich über andere Influencer und Prominente lustig mache, die ihre Probleme vermarkten, wolle er nun das Gleiche tun. Amira Pocher, bist du wahnsinnig? Im Podcast berichtet Amira, dass nach der öffentlichen Bekanntgabe ihrer Eheprobleme eine Medienanfrage eingetrudelt sei. Es wurde Geld geboten, dass wir in einem kleinen, achtminütigen Format sitzen, erklärt die Moderatorin. An ihren Ehemann gerichtet schimpft sie. Und du sagst, ja, klar, für das Geld können wir uns da reinsetzen. Für die 30-Jährige ist es eine Sache, wenn sie selbst in ihrem Podcast über ihre Eheprobleme spricht. Aber das müsse doch nicht auf jedem Medium geschehen. Und ausgeschlachtet werden. Auf Olis Einverständnis in ein Format zu gehen und damit Geld zu machen, reagiert Amira so. Ich hab gesagt, bist du wahnsinnig? Das ist doch genau das, wofür wir nicht stehen. Amira Pocher schießt gegen Iris Klein. Während Amira Oli vorwirft, nun dasselbe zu machen wie andere Promis, die ihre Probleme verkaufen, sieht Oli einen Unterschied. Für ihn sei ein öffentliches Gespräch über seine Ehekrise und Reality-TV-Formate nicht das gleiche. Amira bezieht jedoch ganz klar Stellung und spricht sich gegen das Vermarkten ihrer Sorgen aus. Dabei schießt sie auch ganz offen gegen Iris Klein. Die Anfang des Jahres selbst in einer Ehekrise steckte. Ich setze mich doch nicht in den Sessel und mach dieselbe Scheiße wie Iris Klein. Ich setze mich doch nicht in den Sessel.